...gesperrt, aber Umleitungen sind ausgeschildert, also die B70 von Raasfeld Richtung Borken kommend ist zur Zeit komplett gesperrt, Umleitungen sind aber ausgeschildert. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mein Manuskript verlasse. Diese sieht nämlich vor, dass ich von nun an laut Fluche nervös werde und wild um mich rumgesikuliere. Ich entscheide mich jedoch dafür, cool zu bleiben und einfach nur meinen verdammten Job zu erledigen. So lasse ich alles weitere nur noch über mich ergehen. I'm gonna break ya!